Sonntag, der 12. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video am 3. Advent. Wir öffnen heute das Türchen. Da kommt ein Engel hervor. Beim ersten Tegut Adventskalender. Da kommt ein Weihnachtsbaum hervor. Beim Aldi Adventskalender musste ich ein bisschen tricksen. Da kommt ein Weihnachtsbaum hervor. Beim zweiten Tegut Adventskalender musste ich auch tricksen. Kommt auch ein Weihnachtsbaum hervor. Ein Stückchen ist dann leider kaputt gegangen. Trotzdem bitte like das Video. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.